die vorwärts als in Schöne wenn ich schüttel ihn nicht mit dem Riepen für den da mit ihm umgebracht die Dakt der Abbau und hallo diese so tot der Freie ausdacht das ist ein Tipp ist der Punkt Das ist ein Typ drin. Ne, die andere wurde schon getötet von Jess. Weg da! Oh, sauber anvisiert. Äh, was ist mit Jess? Erik? Äh. Du bist müde. Zack, Alter. Können wir die irgendwie schubsen? Na, die töten. Das stimmt. Ich kann die downen, oder? Dann maybe da rauftreten, wenn die... Ach, die stürzt. Hallstein ist auch bemerkt. Warum bringt die? Komm, wir nehmen die mit als Souvenir. Wir müssen die irgendwo... ...erstaunen. Da vorne ist einer. Da vorne sind mehrere, oder? Warte, im Ernst? Der hat einen Raketenwerfer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Der hat geschossen. Bin gestorben. Ach, mein Gott. Doch gesagt, da ist einer mit Raketenwerfer. Ich stimmig, da kommt ein LKW mit so einem Rasierteil. Das nennen wir auch Traktor. Ach so. Was ist denn? Was wird denn jetzt? Der war ein Typ mit einem Raketenwerfer. Der hat die Raketenwerfer auf dem Boden gehalten. Hat geschossen, hat sich selbst in die Luft katapultiert. Larry. Geh nach Norden zum Unspannwerk. Da hat aber jemand Spaß. Ich höre Hunde. Jetzt hat Feuerfeil, hier brennt gleich alles. Die hat die Hunde angezündet. Ja, die hat Feuerfeile. Ja, was machen wir jetzt für Jess? Cool, das sind zwei Bären. Ne, egal, ein Bulle. Zwei Bären, Alter, ist mich hingefallen. Henne. Warte. Ai, 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 oh. Okay. Doch, ich hab Jess getötet. Jess fällt raus. Jess ist rausgefahren. Okay, die ist tot. Und Jess ist tot. Super. Höher, 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 das ist auf den Bauch. Ich hab gerade gar ritten geguckt. Ich hab gerade ritten geguckt. Das ist bitte höher fliegen. Ich steige mit dem Berg. Ich steige gleich aus. Es ist wunderschön. Der Helikopterautob. Was? Der Helikopterautob. Der fliegt wieder in die Wildnis. Nein. Nein. Dann fängst du nach unten. Jo. Andra machst du den aus. Heine, du bist ausgesprungen, ne. Heine, du hast rausgesprungen. Du bist auch in 31. Ich he. Okay. He, he. Hehehe.